Radis Erben, der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrundblick. Radis Erben, der Löwen-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Tja, es gibt sehr viele Fragen rund um den TSV 1860 München. Die wollen wir versuchen, irgendwie so ein bisschen aufzuarbeiten, in der vielleicht, also aus meiner persönlichen Sicht, schlimmer habe ich es nie erlebt, schlimmsten Phase, in der dieser Verein jemals gesteckt ist. Es ist eigentlich überhaupt keine Hoffnung da, dass es irgendwie positiv werden könnte demnächst beim TSV 1860. Es ist einfach nur, ja, teilweise auch zum Schämen, was bei diesem Verein so los ist. Olli, wollen wir es mal chronologisch beginnen? Letzte Woche, da hat es von einigen Medien geheißen, ja, nachdem er dreimal abgelehnt worden ist, Dr. Christian Berner wird also neuer Sportgeschäftsführer beim TSV 1860. So, dann haben wir gewartet, einen Tag, zwei Tage, drei Tage, aber du hörst nichts von der Grünwalder Straße. Also die Zeitungen, die vermelden, ist, dass er neuer Sportgeschäftsführer sein soll, aber von 60 München hörst du nichts. Das ist die erste Frage, die mich bewegt. Warum? Ja, mich bewegt sie natürlich auch, Tobi. Erstmal glaube ich, dass diese Nachricht damals durchgestochen wurde eben an die Bild-Zeitung und sind ja alle drauf aufgesprungen, ja. Also wir müssen das Ganze mal von hinten aufrollen. Dr. Christian Werner ist dreimal abgelehnt worden vom e.V. als Sportchef-Kandidat. Marc-Nikolai Pfeiffer hat ihn vorgeschlagen. Ja, hat ihn vorgeschlagen und meines Wissens hätte die Ham-Seite dies auch akzeptiert. Jetzt ist es aber ganz anders, ja, dass plötzlich der e.V. darauf gekommen ist, ihn doch zum, oder auf den Sockel des Sportgeschäftsführers zu heben. Und für mich ist es nichts anderes als eine maximale Konfrontation, ja, weil man hat sich meines Wissens eben darauf verständigt gehabt, im Beirat auch, dass es eben, dass es in Zukunft keinen zweiten Geschäftsführer geben wird, sondern einen Sportdirektor. Und deswegen hat mich das damals auch mit Horst Held irgendwie überrascht, weil ich hätte mir nie vorstellen können, dass ein Horst Held eben unter Marc Pfeiffer als Sportdirektor arbeitet bei 60 München. Wie es dann genau ausgesehen hat, wissen wir alle. Horst Held hat am Ende abgesagt, weil bei 60 München kann man auch nicht im, sag ich mal, im Überfluss mit Kohle hantieren. Das ist bekannt. 60 ist ein Drittliga-Verein, ein mittelmäßiger Drittliga-Verein inzwischen. Auch mit der Kohle kann man eben nicht so hantieren wie bei einem Bundesliga. Und da hat eben Horst Held in der Vergangenheit auch gearbeitet. Und bei 60 ist alles ein paar Nummern kleiner. Und deswegen wird Horst Held dann am Ende auch abgesagt haben. Dass jetzt plötzlich wieder Dr. Christian Werner, der dreimal abgelehnt wurde, ist schon ein bisschen witzig, kurios, also amüsant. Also mir fallen da verschiedene Wörter ein. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Für mich ist es die maximale Konfrontation. Weil, wie gesagt, man hat sich offenbar darauf verständigt, dass man in Zukunft einen Sportdirektor eben einstellt und dass es jetzt ein Sportgeschäftsführer werden soll. Was den e.V. bewegt, das kann ich leider nicht beurteilen. Also ein kleiner Zusatz, weil du gesagt hast, ein mittelmäßiger Drittligist. Ich möchte eigentlich sagen, ein unterdurchschnittlicher Drittligist aktuell. Muss man nur auf die Tabelle schauen und dann kommt man eben genau zu diesem Schluss. Ich kann mir natürlich vorstellen, was in den Köpfen des Verwaltungsrats vorgeht, den als Sportgeschäftsführer einzustellen. Man hat lange genug gesägt an Marc-Nikolaj-Pfeiffer Stuhl und hat dann eben bekannt gegeben, ja, der wird 60 München verlassen. Marc-Nikolaj-Pfeiffer ist nichts anderes als eine Lane Duck. Er ist noch Geschäftsführer, wird aber einen Teufel tun, um irgendwie große Entscheidungen zu treffen. Heißt, 60 München ist handlungsunfähig, es kann eigentlich gar nichts mehr passieren und dann sagt sich der e.V., ja gut, dann holen wir halt den Dr. Christian Werner und stellen ihn gleich einmal das Geschäftsführer ein, weil der Pfeiffer entscheidet sowieso nichts mehr. Das ist so meine Einschätzung. Das kannst du so interpretieren, man, es hat ja in der Vergangenheit immer wieder geheißen, ja, also wenn die Ismail-Zeite nicht gefügig gemacht wird oder ist, dann entscheiden wir mit 50 plus 1. Das frage ich mich aber, warum hat der Robert Reisinger das dann nicht im Sommer schon gemacht, mit 50 plus 1 zum Beispiel eben Horst Heldinsamt gehoben oder jetzt eben Dr. Christian Werner. Also da muss vielleicht ein bisschen mehr dahinter stecken, Tobi, weil wenn es so einfach wäre... Ich zitiere einen Vizepräsidenten, der gesagt hat, jetzt können wir die Mannschaft selbst bezahlen, aber anscheinend ist es doch nicht so einfach. Nee, eben nicht. Man muss zusammenarbeiten und das ist eben die Krux an dem Ganzen oder beziehungsweise sollte man zumindest in einer Beziehung zusammenarbeiten, aber wir kennen ja die Geschichte von 60 Münken in den letzten sechseinhalb Jahren, diese angekündigte Nadelstich-Politik, Tobi, und ja, das ist einfach dann die Quintessenz daraus. Und mich überrascht das nicht. Ich glaube, wir gehen jetzt aufs Ganze im Kampf gegen Hasan Ismail. Ja, und das kommt halt eben dabei raus, aber dass man die eigene Marke mehr oder weniger schwerst beschädigt, ich weiß nicht, was sich die Herrschaften dabei denken, aber so kommt der Verein auf gar keinen Grünzweig mehr und möglicherweise riskiert man damit auch den Abstieg wieder in die Regionalliga Bayern. Du hast die Nadelstich-Politik angesprochen. Es gab ja 2017 diese E-Mail, wo eben klar von einer Nadelstich-Politik gegenüber dem Mehrheitsgesellschafter gesprochen wurde, dass dem quasi jetzt mit ganz harten Bandagen begegnet wird. Der Kicker, glaube ich, hat damals auch davon berichtet. Es ist dann relativ still geworden. Man hat auch von dieser E-Mail nichts gehört. Mittlerweile, kann ich euch verraten, liegt uns diese E-Mail vor. Also ich habe diese E-Mail geschickt bekommen. Mir liegt es natürlich sehr nahe und wäre es sehr wichtig, diese E-Mail dann auch zu zitieren und vorzulesen und vielleicht auch vorzuzeigen. Das sehe ich als meine journalistische Pflicht an. Logischerweise muss man das auch rechtlich prüfen lassen, was man aus dieser E-Mail wiedergeben darf und was man nicht wiedergeben darf aus dieser E-Mail. Ich kann euch sagen, diese E-Mail hat es richtig in sich. Jeder Fan von 1860 München sollte diese E-Mail lesen. Das ist sehr wichtig, weil spätestens dann ist allen klar, was dort gespielt wird. Wir arbeiten dran, wir lassen das tatsächlich prüfen und ja, vielleicht kann man da demnächst an die Öffentlichkeit gehen mit der vollständigen E-Mail damals, wo die Nadelstich-Politik gegen die Mehrheitsgesellschaft Hassan Ismaek sozusagen angekündigt worden ist innerhalb eines bestimmten. Bei dieser Sache muss ich auch ganz klar sagen, es war ja dann offenbar im internen Kreis, diese E-Mail wurde dann eben im internen Kreis eben verschickt und dass sich keiner von den anderen Funktionsträgern davon distanziert hat und heute noch im Amt sind. Das sagt eigentlich viel aus über diesen Verein. Absolut, absolut. Das sagt wirklich sehr, sehr viel aus. In diesem Zusammenhang gab es gestern tatsächlich ein sehr interessantes Zitat, eine sehr interessante Meinung. Christian Straßburger, der Kommentator des Spiels Dortmund 2 gegen 60 München, hat in der ersten Halbzeit erstmal gesagt, na, er will das Politische weglassen, weil er hat keinen Bock drauf. Was ich auch verstehen kann, das habe ich selbst so auch schon mal gesagt, ich habe auf dieses Politische keinen Bock bei 60 München. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her, dass ich diese Aussage getätigt habe. Er hat dann doch in der zweiten Halbzeit was sehr Interessantes gesagt. Also es ging um die Personalie Maurizio Jakobacci, komme später auch noch, logischerweise, der viele, viele Fehler gemacht hat bei 60 München. Straßburger hat dann gesagt, ja, aber so einfach ist es ja auch nicht, hat das länger ausgeführt und hat dann gesagt, und das finde ich sehr interessant, ich lese euch das Ganze mal vor. Zitat, bei den ganzen Wirrungen und Irrungen kann ich verstehen, dass man nach dieser Möglichkeit, nach dieser Patrone ruft. Jakobacci's Entlassung ist gemeint. Aber die Probleme in München liegen ja tiefer. Die Selbstzerfleischung, normalerweise führst du ein Amt aus für den Verein, für deinen Arbeitgeber nach innen und nach außen. Sprichst eine Sprache und hast ein Ziel, den Erfolg der Münchner Löwen. In München scheint das alles anders. Da kommt erst mal ein selber und dann der Rest. So wirkt es zumindest mit Egoismus. Kannst du im Fußball nicht viel packen und feiern. Mit Egoismus kommst du auch im Leben nicht weiter. Vielleicht sollte bei 68 München den Egoisten eine Riegel vorgeschoben werden. Also er sagt ganz explizit, um das nochmal zu sagen, das sagt der Kommentator dieser Partie. Normalerweise führst du ein Amt aus für den Verein, für deinen Arbeitgeber nach innen und nach außen. Da kann sich jetzt jeder selber eine Meinung bilden, wie er damit gemeint hat. Genau. Ich wollte es nur nochmal sagen, weil ich es sehr, sehr interessant fand. So. Tobi, ich habe dazu auch noch ein interessantes Zitat in der morgigen TZ gefunden, also in der Ausgabe vom Dienstag, ging es um Robert Reisinger. Zitat jetzt auf Nachfrage der TZ erklärte Robert Reisinger, derzeit beruflich in Österreich tätig. Ich frage mich, wer die Verantwortung für die Saison übernimmt. Meine Warnungen im Sommer wurden ignoriert. Jetzt muss man mal sagen, Tobi, also ich bin eigentlich fassungslos bei dieser Aussage. Um da ganz kurz dazwischen zu gehen. Moment, wer hat denn dreimal den Dr. Christian Werner abgelehnt? So ist es zum einen und zum anderen auch so, dass Robert Reisinger eigentlich in den Sommermonaten gar nicht präsent war bei 60 München. Und ich kann mich an diese Mitgliederversammlung erinnern. Ich glaube, Anfang Juli war es sie, wo er dann gesagt hat, ja, wir suchen einen Formatlöwen und der steht kurz vor der Einstellung. Also Anfang Juli. Und wenn man mal irgendwas mit Profifußball zu tun gehabt hat, Tobi, weiß man, dass Anfang Juli eigentlich schon alles über die Bühne gegangen ist im Transfergeschäft. Und dann so eine Aussage eben einfach rauszuhauen. Nochmal, ich frage mich, wer die Verantwortung für die Saison übernimmt. Meine Warnungen im Sommer wurden ignoriert. Jetzt muss man auch mal eins sagen, Tobi. Michael Kölner wurde entlassen, obwohl kein Sportbudget zur Verfügung gestanden ist. Zum damaligen Zeitpunkt, ja, das ist das Erste. Und dann fragt sich Robert Reisinger, meine Warnungen im Sommer wurden ignoriert. Ich frage mich, wer die Verantwortung für diese Saison übernimmt. Also ich weiß nicht, Tobi, also mir fehlen da irgendwie die Worte. Absolut. Da fällt dir nichts mehr ein. Also ja, Marc-Nikolai Pfeiffer hat es sehr erwiesen mittlerweile, dass er sich mit vielen Kandidaten getroffen hat. Da gab es auch von den Kandidaten selbst Absagen, wie zum Beispiel von Benny Laut. Ja, also es ist, er hat sich mit Kandidaten getroffen, dass da irgendwas verschleppt worden sei, ist natürlich ein kompletter Witz. Dann hat der EV selbst einen Kandidaten, seinen Wunschkandidaten dreimal abgelehnt, um dann zu sagen, ja, wer ist jetzt verantwortlich für den Sommer? Das ist schon, das musst du dir mal ranziehen. Also der EV geht her und sagt, nee, also Geschäftsführer, den Kandidaten, den du für den Sportchef da hast, den wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Sagt dann gleichzeitig, die Gespräche sind verschleppt worden und jetzt stellen sie den dann doch ein. Aber der Kandidat Dr. Christian Werner kam ja dann erst später, Tobi. Das muss man einfach zur Ehrenrettung des EVs auch sagen, dass dieser Name dann auch erst später in das Rennen geworfen wurde, nachdem einige Kandidaten eben abgesagt haben, unter anderem Benny Laut eben, Thomas Hitzlsperger. Janka. Janka, Christoph Janka vom FC Augsburg, der ja früher bei 60 München seine ersten Profispiele gemacht hat. Also man kann sich ja immer so hindren, wie man will, aber es ist bei 60 schon offensichtlich. Und auch, was ja, über das sollten wir eigentlich auch reden, Tobi, über das Bündnis Zukunft 1860. Auch Martin Gräfer, der Vorstand der Bayerischen, merkt jetzt, in welchem Schlangennest er eigentlich sich befindet. Denn mit dieser Organisation, die aus meiner Sicht ja prinzipiell gut ist bei 60 München, merkt er einfach, dass der Wind jetzt rauer gegen seine Person auch bläst, was ich prinzipiell nicht verstehen kann. Denn die Bayerische hat schon viel Gutes für 60 München gemacht. Und eben, es ist eine Vereinigung von vielen Sponsoren und auch viele Fans wollen eben helfen, weil sie haben es einfach satt, diese Situation bei 60 München. Ja, ich war bei dieser Pressekonferenz mit dabei. Ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, dass ich das politisch korrekt ausdrücke, wie ich das Ganze empfunden habe. Es gab auch viele Meinungen unter den Fans und so weiter und so fort. Also, es ist ja einerseits mal positiv, dass sich Sponsoren zusammenschließen und sagen, ja, so, ich bin sicher hin und nicht weiter. Und wir stehen hinter Marc-Nyggele Pfeiffer und etc. pp. Um dann aber zu sagen, ja, wir wollen Ratschläge geben, aber wir wollen uns keine Richtung irgendwie zuwenden. Ja, also seid mal nicht böse. Wenn am Sonntag Wahlen werden, ja, wen soll ich dann wählen? Ja, sie wollen ja gar nicht gewählt werden. Das geht nicht. Also, ich muss irgendwo, muss ich Farbe bekennen und muss sagen, in diese Richtung wollen wir und in diese Richtung nicht. Aber so, um den großartigen Werner-Loran zu zitieren, wenn in China ein Sack Kreisumfeld. Also, so habe ich es empfunden. Und wenn du in so einer Situation keine Position beziehst, ja, was willst du dann erreichen? Also, das will sich auch keiner irgendwo für ein Amt bewerben bei 60 München. Das haben sie ganz deutlich gesagt. Ja, gut, dann bin ich mal gespannt, wie die Tipps helfen. Martin Gräfer will natürlich nirgendwo anhecken, aber so funktioniert das nicht. Wenn man eben so eine Vereinigung gründet, dann muss man schon auch mal Tachlis reden und beziehungsweise auch mal den Finger in die Wunde legen und auch, ja, für was stehen, für was einstehen. Und ich kann es auch nicht mehr hören, ja, Zusammenhalt, gemeinsam. Nochmal, das ist alles für mich nicht greifbar, seit sechseinhalb Jahren nicht, ja. Und diese E-Mail, die dir vorliegt, Tobi, bestätigt dies auch, ja. Und genauso nach diesem Schema F wird eben gearbeitet bei 60 München. Punkt. So sieht das aus. So, jetzt gab es gestern noch. Also, der Löwe, Tobi, der Löwe ist einfach gelähmt und wenn sich da nicht schnell was ändert, dann werden wir uns am Ende der Saison dann wieder in der Regionalliga Bayern finden. Und ob das alle wollen, ich habe da so meine Zweifel, ich kann nur hoffen und kann an jedes Mitglied appellieren, bitte geht zur nächsten Mitgliederversammlung, ja. Weil, ja, ihr könnt mit dieser Stimme eben dazu beitragen, dass es 60 München in Zukunft vielleicht wieder besser geht. Ich habe gestern auf Facebook verschiedene Posts gelesen von Löwen-Fans, wo dann nach dem Spiel die Rede davon war, also in An- und Abführung, Reisinger, du hast gewonnen, ich bin raus. Das eine möchte ich auch sagen, bei der Regionalliga bin ich dann auch raus, weil das interessiert mich dann tatsächlich nicht mehr. Das ist dann tatsächlich mir völlig egal, was da abgeht. Das war einmal und nie wieder und sollte dieser Fall eintreten, dann, ja, dann habe ich... Es werden vielleicht einige feiern, Tobi. Ja, definitiv, definitiv. So, jetzt gab es gestern ein Fußballspiel in Dortmund, das eigentlich auch hätte abgesagt werden können. Schönen Dank an den Deutschen Fußballbund, der das nicht getan hat, obwohl, so ist zu hören, Borussia Dortmund dem auch zugestimmt hätte. Der springende Punkt ist, dass 60 München aus München nicht weggekommen ist. Es war ein Flug gebucht, der wurde gecancelt und dann musste, weil der Deutsche Fußballbund nicht bereit war, dieses Spiel abzusagen, eine Charter-Maschine herbeigeschafft werden. Für 20.000 Euro ist 60 München dahin geflogen, dann mit dem Bus nach der Partie wieder zurückgefahren und im Morgengrauen dann in München wieder angekommen. Ja, das hat sich mal für alle Beteiligten richtig gelohnt. 0 zu 3 verliert 60 München bei einer komplett wiederen Mannschaft, wo ich dir in der ersten Halbzeit geschrieben habe, also da musst du richtig Tore machen bei denen. Die sind so abwehrschwach, die sind so anfällig da hinten. 60 München hat ein gutes Spiel gemacht in Halbzeit 1, hat wieder die Tore nicht gemacht, das hat wieder gezeigt, es ist kein Knipser da. Zwartz fällt aus. Diejenigen, die vielleicht da in die Bresche springen können, sind auch Totalausfälle wie ein Fennlackenmacher. Ich weiß nicht, was der da gestern gemacht hat, aber den Stürmer hat er sicherlich nicht gespielt. Die anderen Kandidaten hat Jakobacci schon abgeschrieben, einen Suleimani zum Beispiel, der aus meiner Sicht völlig zu Recht nicht nominiert wurde für den Kader. Ja, und dann wird es irgendwann übersichtlich auf der Bank. Dann gibt es eben keinen richtigen Stürmer mehr. Und ja, dann hat 60 München eben wieder den Rückstand kassiert. Immer wenn 60 München Rückstand kassiert, ist der Löwe nicht mehr zurückgekommen in dieser Saison, so auch gestern. Brutale individuelle Fehler. Jesper Verlade, ein Totalausfall. Das hat mich an die Partien Mannheim erinnert, wo er völlig desolat gespielt hat. Der Löwe konnte sich noch bei Richter im Tor bedanken, dass der einige richtig gut pariert hat. Ansonsten wäre es vielleicht noch höher ausgegangen in der zweiten Halbzeit. Also der hat einige gute Chancen noch entschärft, auch schon in der ersten Halbzeit wohlgemerkt, mit einer richtig guten Partie. David Richter. Ja, und ansonsten war das alles komplett desolat. Gerade die Erfahrenen. Ein Verlade, komplett Totalausfall. Ein Starke, der Fehler macht, wie in der Jugend. Es ist unglaublich, was da gestern passiert ist. Ja, und dann gab es... Erstmal habe ich mich gefreut auf der Tribüne. Ja, out of the dark, into the light. Eine echt tolle Choreo, die 60 München, die die Fans da ausgerollt haben. Und dann Bengalos von der ersten bis zur 90. Minute. Das wird dann nochmal zusätzlich teuer. Ein völliger Irrsinn, ein völliger Schwachsinn. Da, ja, derart in die Vollen zu gehen. Die Fans haben dann auch noch den Trainer gefordert. Sie haben die Schnauze voll. Das kann ich wiederum nachvollziehen. Und da muss man auch sagen, also nochmal, um zurückzukommen auf dieses Zitat von Christian Straßburger, dass man da vielleicht auch weiterdenken muss. Aber irgendwo fehlen ihm dann die Argumente. Ich glaube auch, dass Maurizio Jakobacci fertig hat. Aber wer soll ihn denn dann beurlauben? Wer macht denn das? Macht das Marc-Nikola Pfeiffer? Darf der das? Kann der das? Wer macht denn das, Oli? Normalerweise ist dafür der Geschäftsführer zuständig, Tobi. Aber ich glaube nicht, dass Marc Pfeiffer dies noch machen wird, weil er ist in sechs Monaten selber weg. Also das müssen wahrscheinlich andere entscheiden, weil er will sich wahrscheinlich die Finger nicht mehr schmutzig machen. Es ist natürlich so, der Löwe ist gelähmt. Jetzt kann man Maurizio Jakobacci so und so sehen. Aber klar ist auch, Tobi, in diesem Umfeld eben schafft es kein Trainer dieser Welt, eben anständig und über einen gewissen Zeitraum zu liefern. Fragen auch bei Daniel Bierowka oder Michael Kölner? Absolut. Nichtsdestotrotz hat er viele Fehler gemacht. Er hat viele Spieler geholt, die einfach sich zu kompletten Flops entwickelt haben. Frey, Soleimani, Bonga etc. pp. Es waren einfach viele, viele Spieler dabei, die er wollte und die einfach nicht liefern. Und dementsprechend, ja. Das muss natürlich auf jeden Fall zuschreiben lassen, keine Frage. Aber wir müssen auch wissen oder beziehungsweise sollten auch nochmal hervorkramen, wie die Situation eben im vergangenen Sommer war. Mit 4,5 Millionen Euro war das Budget schon zu. Und dann durch die großartige Unterstützung der Fans, dass wieder so viele Dauerkarten gekauft wurden, konnte nochmal eine Million Euro locker gemacht werden. Und dass dann natürlich die spannenden Spieler schon weg sind. Also das ist normal. Und ich weiß auch nicht, ob Robert Reisinger meint, dass man dann, er hat ja, wie gesagt, Anfang Juli gesagt, ja, also wir hätten ja, wir wollen einen Formatlöwen haben, dass man dann noch die großartigen Spieler bekommt. Also ich glaube nicht, dass Horst Held zaubern kann. Und sowas einfach mal in den Raum zu werfen, einfach so reinzuwerfen. Nochmal, Anfang Juli steht normal in einer guten, in einer professionellen Mannschaft steht der Kader zu 95, zu 90 Prozent. Und ich weiß nicht, was Horst Held dann noch machen hätte können. Richtig ist natürlich auch, und das will ich auch nochmal betonen, Maurizio Acobaci war nie gegen einen Sportdirektor. Bloß zu diesem Zeitpunkt, wo eigentlich alles schon erledigt war, da ist es natürlich schwer, dann einen Sportdirektor zu bringen, der dann sagt, nee, er will es doch anders. Und dann hätten wir alles über den Haufen geworfen. Dann wären wir am Ende dann ohne Neuverpflichtungen da gestanden. Und damals hatte 60, glaube ich, 14 Spieler zur Verfügung. Beim Trainingsstart, wenn man nicht alles täuscht. Und nach und nach kamen dann eben die Spieler. Das muss man auch mit einbeziehen, wenn man wirklich korrekt das alles wiedergibt und nicht so einseitig, wie es eben Robert Reisinger macht. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, die Argumente hat Jakobaci nicht nur in die Bild-Zeitung. Die fragt sich heute schon im Titel, wann löst Stefan Reisinger Jakobaci ab? Ja, das ist sicherlich die wahrscheinlichste Variante, dass Co-Trainer Stefan Reisinger dann das Rode übernimmt an der Grünball der Straße, weil erstens ist es nicht anders finanzierbar, der Trainerwechsel bei 60 München. Anders wird es nicht funktionieren. Ja, und... Den hätte man schon mal haben können, gell, Tobi, nach Michael Kölner. Aber da hat sich der Verein dann am Ende auch nicht durchsetzen können, obwohl er auch 50 plus 1 anwenden hätte können. Also, und damals hat ja auch, wir erinnern uns, Günter Gorenzel gesagt, er lässt das erst mal prüfen. Und ich hatte damals ja schon die Erklärung vom DFB auch, dass dies möglich wäre. Und ja, und dann braucht man sich eben nicht wundern, dass man eben sich im Kreis dreht an der Grünballer Straße 140. Ja, er lässt das prüfen. Olli, er lässt das prüfen. Er war mit dem Hintergedanken verbunden, dass er vier leichte Gegner jetzt einfach mal wegmäht und dementsprechend dann der große Held an der Grünballer Straße wird. Aber das hat, ja, wie wir alle wissen, nicht funktioniert bei Günter Gorenzel. Und dementsprechend, ja, sind dann diese Überlegungen wieder irgendwo anders hingestellt worden. Und Maurizio Jakobacci hat schließlich das Gute übernommen, wo ich, sage ich ganz ehrlich, von Anfang an skeptisch war. Ja, und jetzt müssen wir mal schauen. Da muss ich auch noch was dazu sagen, Kobi. Ich habe es da schon öfters gesagt, aber ich glaube nicht, dass Maurizio Jakobacci dafür zuständig ist, dass zum Beispiel Spieler wie Mario Swirl oder Yannick Deichmann eben den Verein verlassen haben. Und da braucht man die Spieler auch nur fragen, warum sie den Verein verlassen haben. Und eben diese Personalie wurde eben über Monate, Jahre eben vom EV gedeckt. Und so ist es eben, ja, leider. Und ich habe auch damals gesagt, wie Michael Kölner entlassen wurde oder beurlaubt wurde, es wird nie wieder einen Trainer bei 60 München geben in den nächsten Jahrzehnten, der so lange beim Verein war und auch so viel Positives bewirkt hat, auch in der Außendarstellung, im Zusammenhalt auch, bei den Fans auch. Und den kickt man einfach mal so, weil ihm die Nase nicht mehr gefällt. Und ich hoffe wirklich, dass da mal wirklich die Wahrheit, die komplette Wahrheit zu dieser Trainerentlassung mal eben zum Vorschein kommt, dass die Fans mal wirklich aufgeklärt werden, was wirklich passiert ist im Januar 2023. So, ja, also wir sind gespannt, wann die Lame Duck 1860 München wieder irgendwie zu einem Verein wird, wo Entscheidungen getroffen werden. Weil momentan ist das nicht, ne? Also... Tobi, es sagt doch schon viel aus. Ich habe ja vor einigen Wochen auch Maurizio Jakobacci gefragt, wie sein Verhältnis, beziehungsweise wie oft er denn mit Robert Reisinger redet und da hat er erstmal, glaube ich, 16 Sekunden gar nichts gesagt. Das sagt eigentlich alles über diesen Zustand bei 1860 München auf. Worum es eigentlich bei 60 München geht, es geht eigentlich nur, um den anderen auszustechen. Und um was anderes geht es bei diesem Verein nicht. Und man sollte auch mal überlegen, Hasan Isimek hat sich vor sechseinhalb Jahren ganz bewusst dazu entschieden, jetzt eben zurückzutreten, mehr oder weniger, und den EV machen zu lassen. Und was rausgekommen ist, also, sieht jeder. So ist das. Rot-Weiß Essen vor der Brust. Da gab es letztes Jahr dieses schmerzhafte Unentschieden, als Essen ganz spät in der Nachspielzeit noch ausgeglichen hat. Und das war so aus meiner Sicht der Anfang vom Ende der Ära Michael Kölner. So, das war es von uns. Tja, nichts Neues. Viel Vermutung. Aber schlauer sind wir nicht wirklich, weil an der Grünweiler Straße sind die Schotten dicht. Da hört man nichts. Da sieht man nichts. Da passiert nichts. Aber, Tobi, morgen 14 Uhr, 14.30 Uhr, Training geplant, eben an der Grünweiler Straße 114. Der Einserplatz ist komplett mit Schnee überdeckt. Also, die werden morgen auf dem Kunstrasenplatz trainieren. Ist auch nicht optimal, aber eben dieser Jahreszeit eben angemessen. Wie gesagt, München im Schneechaos. Die Trambahn fährt immer noch nicht draußen. Also, ja, aber wir hoffen natürlich, dass 60 München am Samstag dann gegen Rot-Weiß Essen wieder, oder wir hoffen natürlich, dass sie irgendwie den Schalter umlegen können nach drei Niederlagen in Folge. Einen im Totopokal und jetzt zwei in der Liga. Wäre es an der Zeit, dass 60 München mal wieder ein Spiel gewinnt. Ja, so sieht das aus. Folgt uns, abonniert uns bei Radies Erden. Das würde uns freuen. Eine angenehme Woche. Bis dann. Servus. Ciao.